Mein Name ist Timo Sprojek und ich bin Apotheker in der Kutenhauser Apotheke im Gesundheitszentrum. Inhaber bin ich seit 2021. Die Apotheke existiert an diesem Standort allerdings bereits seit über 30 Jahren. Zu unseren besonderen Produktlinien gehören zum Beispiel die Bodymed Ernährungsprodukte, die Jenschura Produkte, die Regular Fit Nahrungsergänzungen sowie verschiedene Kosmetiklinien wie zum Beispiel unsere Eigenkosmetik oder auch die Phytothek. Als Mitglied der Natürlichapotheken ist uns ein ganzheitlicher regulatorischer Ansatz wichtig. Besonderen Schwerpunkt legen wir dabei auf die Themen wie Darmgesundheit oder Nahrungsergänzungen. Als besondere nicht schulmedizinische Analysen bieten wir zum Beispiel die H-Mineralstoff-Analyse, Wasseranalysen, eine Wohngift-Analyse oder auch die Anlitz-Analyse nach Dr. Schüssler an. Unser Anspruch ist es, die immer wieder neuen Herausforderungen wie etwa das E-Rezept derzeit oder die pharmazeutischen Dienstleistungen zu meistern und unseren Kunden auch immer wieder einen Mehrwert durch verschiedene Aktionen anzubieten. So möchten wir insgesamt einen wichtigen Pfeiler des Gesundheitszentrums in Kutenhausen darstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 E-Rezept der situación